Hallo meine lieben Freunde, und vor allem, hallo Anastasia. Das Jahr 2015 ist da, ein wunderbares Jahr, ein Jahr der großen Leistungen, ein Jahr der Transformation für viele Länder und wahrscheinlich für die ganze Erde. Zumindest wird eine neue Ära auf dem Planeten Erde in diesem Jahr beginnen. Zuerst möchte ich all meinen Lesern ein glückliches neues Jahr wünschen. Dank eurer Bemühungen gibt es in Russland bereits über 210 Familienlandsitzsiedlungen. Die Familienlandsitze, über die Anastasia sprach, die schönen Oasen, in denen die neue Generation eines wunderbaren Landes bereits heranwächst. Die Leute nannten die Idee der Familienlandsitze die nationale Idee Russlands. Sie entwickelt sich von unten. Genau wie Solzhenitsyn sagt, es ist unmöglich, dass eine nationale Idee von oben, von der Regierung initiiert wird. Es muss von den Menschen selber getragen und vorangetrieben werden. Dann wird es natürlich, echt und großartig sein. Dann wird es eine nationale Idee sein, die einen starken Staat gebiert, mit glücklichen Menschen. So wird es sein. So ist es bereits. Der wunderbare Traum einer Einsiedlerin wurde der Traum von Hunderttausenden und wahrscheinlich bereits von Millionen von Menschen. Einige haben mit dem Bau ihrer Familienlandsitze begonnen, ohne auf ein Gesetz dafür zu warten. Sie erwerben einen Hektar Land, bauen Straßen, legen Stromleitungen und bauen Häuser. Die Häuser sind ganz unterschiedlich. Einige zweistöckig, andere ganz klein. Aber die Menschen sind in ihnen glücklicher als in den Betonhäusern der Millionenstädte. Ich danke euch, ihr Wegbereiter. Ihr zeigt anderen Menschen den Pfad in eine wunderbare neue Welt. Danke für euer Verständnis. Danke euch für das Verständnis. Ich möchte auch dem Präsidenten von Russland, Wladimir Putin, ein glückliches neues Jahr wünschen. Ich wünsche mir, dass Sie, Wladimir Wladimirovich, die Essenz dieser großen Idee mit Herz und Seele erfassen. Ich möchte, dass Sie erfassen, was sich ein großer Teil der russischen Bevölkerung wünscht, was für eine wunderbare Bestimmung sie haben. Die Bestimmung, den Traum von vielen Menschen in Russland zu erfassen und zu verwirklichen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei dieser Aufgabe. Ich wünsche auch den Mitgliedern der Familienpartei ein glückliches neues Jahr. Können Sie sich vorstellen, was für ein grandioses Ereignis stattgefunden hat? Die Familienpartei wurde im Justizministerium registriert. Ja, so wird sie genannt. Die Familienpartei. Es ist ein äußerst prächtiger Name. Der Name steht für die Familie mit all ihren Ahnen, für das Mutterland und für geliebte Menschen. Und jetzt fand in Belgorod ein Kongress der Familienpartei statt. Jeder in dieser Partei arbeitet freiwillig für die Partei. Die Partei hat kein Geld, aber sie existiert, hält Kongresse und Konferenzen. Ich denke, wir sollten ihr in diesem Jahr besondere Aufmerksamkeit schenken. Ich bin wahrscheinlich ein Glückspilz, weil Anastasia mir das Geschenk gab, mit vielen netten Leuten bekannt zu sein. Ich bin dankbar, dass sie alle in mein Leben getreten sind. Ich erinnere mich an Talga Tatschutin und an die Zeit mit ihm. Und an Pater Feodorit, der jetzt in einer Einsiedelei lebt. Mein Leben hat sich, dank Anastasia, sehr bedeutsam gestaltet. Immer wieder kommt die Frage auf, existiert Anastasia oder existiert sie nicht? Und ich sage euch, sie existiert. Und das nicht nur als eigenständiges Wesen mit eigenständiger Identität. Nein, etwas sehr Besonderes ist entstanden. Viele Menschen existieren, die einen Teil von Anastasia in ihrer Seele haben. Wie sie sagte, ich werde meine ganze Seele den Menschen geben. Ich werde in den Menschen weiterleben, durch meine Seele. Und so ist es geschehen. Es ist alles so ungewöhnlich, aber es ist passiert. Ich will, dass alles Schöne für meine jetzigen und alle noch kommenden Leser wahr wird. Und ich will, dass gesunde Kinder auf euren Familienlandsitzen groß werden. Ich will, dass Apfel, Birnen und Kirschbäume, Blüten und Früchte hervorbringen. Ich will, dass ihr einen süßduftenden, blühenden Garten seht, wenn ihr morgens auf die Veranda eures Hauses geht. Ich will, dass ihr immer in guter Stimmung seid, sodass Liebe bei euch weilen kann. Danke für eure Unterstützung und euer Verständnis. Lasst uns zusammen in eine neue, wundervolle Welt gehen, auf das wir uns in dieser Welt wieder begegnen, obwohl wir schon darin leben. Vielen Dank für solch ein Leben. Vielen Dank. Vielen Dank.